Zu guter letzt, weil wir ja schon alles probiert haben, warum nicht auch mal mit der Ultralight Angel Jiggen. 5 Gramm Jig-Kopf, Biggy Shad dran. Mal gucken, ob das auch geht. Ja Freunde, auch das Jiggen hat die Klappe. Zweimal angelupft und dann beim Absäcken voll drauf gehauen. Ja, jetzt schon mit einem großen Jig-Kopf, mit einem dicken Shad drauf. Und trotzdem prügeln die sich denn so rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt ist auf jeden Fall Ende im Gelände, letzte Forelle, auch seltsleuchtend gelb, lachsfarben. Wunderschön, komm her jetzt.